Ja, ich wollte kurz vorlesen eine Replik von Alexis Tedokville, der war im 19. Jahrhundert Politiker und Amerika-Experte, ein Franzose, der einige Jahre in den USA verbracht hatte und später im Jahr 1848 in Frankreich ein Minister geworden ist. Es gibt sogar schon ganz rühe Fotos von ihm. Und der hat also den Zustand der amerikanischen Demokratie schon im 19. Jahrhundert, also im Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben nach dem System Teile und Herrsche und also eine unfassbare, praktisch gewalttätige Manipulation. Das spricht schon Bände, wenn das damals schon so schlimm war. Ich werde jetzt eine Replik vorlesen, die sehr typisch ist aus seinem Werk. Die Mehrheit zieht einen drohenden Kreis um das Denken. Inhalt dieser Grenzen ist der Schriftsteller frei, aber wehe, wenn er sie zu überschreiten wagt. Der Machthaber sagt ihr nicht mehr, du denkst wie ich oder du stirbst. Er sagt, du hast die Freiheit nicht zu denken wie ich. Leben, Vermögen und alles bleibt dir erhalten. Aber von diesem Tag an bist du ein Fremder unter uns. Du wirst dein Bürgerrecht behalten, aber es wird dir nichts mehr nützen, denn du wirst von deinen Mitbürgern, Deinen Mitbürgern also praktisch geächtet werden. Wenn sie dir ihre Stimme, jetzt sehe ich wieder, ja. Werden sie dir ihre, nicht gewählt werden oder geächtet werden. Sie werden dir ihre Stimme verweigern. Ja, wenn du nur ihre Achtung begehrst, werden sie so tun, als versagen sie dir. Sie dir, du wirst weiter bei den Menschen wohnen, aber deine Rechte auf menschlichen Umgang verlieren. Wenn du dich einer, wenn du dich einer unter deinen, wenn du dich einen unter deinen, na, wie haben wir es? Na, Alexis, der du bildet, nicht jeder. Absolut nicht. Nein, das hat mich jetzt jemand gesagt. Nein. Bei deinen gleichen Nähern, wie es zu werden sind, dir deiner fliehen und dich als Aussätzigen behandeln. Und selbst wer an deine Unschuld glaubt, wird dich verlassen, sonst meidet man auch ihn. Oder auch ihn, also, weil er an dich glaubt oder dich versteht. Gehe hin in Frieden, ich lasse dir das Leben, aber es wird schlimmer sein als der Tod. Alexis Dettung will, man sollte vielleicht auch sein Werk über Amerika auch lesen. Das ist heute sehr, sehr entscheidend. Dann möchte ich noch auf das, was anfangs heute hingewiesen worden ist, eingehen. Nämlich, dass wir hier zu sehr isoliert sind, obwohl die Montagsdemonstrationen, also in vielen, vielen Städten stattfindet, auch außerhalb Deutschlands, eben auch hier, dennoch droht, also Isolation. Man hat uns diesen Platz gegeben vor dem Parlament. Sicher, es ist ein zentraler Platz. Und doch versucht man, ein Ghetto zu installieren. Keine oder diskriminierende und stigmatisierende Berichterstattung der offiziellen Leitmedien. Wir müssen mehr werden. Viel mehr. Darum schlage ich vor, in die Institutionen hineinzugehen. Universitäten, Preisehäuser als Beispiel. Die Leute direkt und frontal ansprechen. Man erntet Unterschiedliches. Das ist es wert. Dabei lernt man aber auch. Und das ist gut. Ja, also als Beispiel, wie ich das immer wieder auch mache, in den U-Bahnen, besonders in diesen besonders langen U-Bahnen, wenn man dort seine Stimme erhebt, ist das sehr ungewöhnlich für die Leute. Also sie kennen ja nichts anderes, als dass vielleicht ein Betrunkener, komisch wird oder irgendwelche Stänkereien. Aber wenn jemand wirklich ganz gezieltes, wahres, auch erkennbar wahres sagt, also sich abheben vom Gesudere, das ja üblich ist, dann hören die Leute auf, merken die Leute auf. Und man kann auch natürlich Ablehnung erfahren, aber sehr viel Zustimmung mittlerweile, weil wenn auch die meisten Menschen sich nicht erwagen oder sich ja zu ohnmächtig fühlen, also um ihre Stimme zu erheben oder an die Öffentlichkeit zu gehen, wie hier zum Beispiel, so ist es dennoch ein massives Krummeln da. Und ich bin jemand, der sicher nicht das übliche Gesundere bevorzugt, sondern doch mit einer gewissen Wucht auch hinausgeht und den Leuten Dinge sagt, also von wo er weiß, dass sie wahr sind und die in ungeheuerlicher Weise also praktisch unterputert oder einfach ignoriert werden. Zusammenhänge in der Politik, Wirtschaft, die unfassbar sind. Wie also der Vorredner, der eine leider Gottes nicht, bislang eine Zeit nicht Bekannte, kenne die Rede, hallo, wer hat noch nicht vorgelesen, hat jetzt, genau diese Rede, die mein Vorredner jetzt gesagt hat, die wollte ich auch schon im Juli ansprechen. Das finde ich sehr, sehr klug und wichtig. Jetzt möchte ich noch auf ein Video hinweisen von Johann A. Saiga. Ja, ich habe über diesen Mann noch nicht weiter recherchiert, ich habe es mir heute angesehen, er ist ein ungefähr 60-jähriger Mann, ein Politologe, glaube ich, wird sogar Österreicher sein, von der Stimme her. Ja, also der spricht sehr profund. Und vor allem, was den drohenden Dritten Weltkrieg bedeutet, und da sind wir ja praktisch mittendrin, denn es fängt immer mit Wirtschaftsaktionen und sehr grausamen diplomatischen Gepränkel an, und da sind wir ja ganz massiv drin, und wenn ich jetzt den Kurier aufschlage in den letzten Monaten oder die Presse oder viele andere sogenannte Leitmedien, die uns ja wie die armen Leiten, leider Gottes in den Achten, also die Propaganda ist erschütternd, und die Einseitigkeit, es werden immer sogenannte Experten genommen, verwendet, die massiver Einseitigkeit berichten. Das kann es nicht sein. Ja, und darum mache ich ja auch dieses Video von Johann Asseiger, also das ist eines natürlich von vielen, die man sich im Internet ansehen kann, wo also doch verdecktes, unterdrücktes, also sehr gut recherchiert, von verbundenen Leuten erzählt wird. Und wir müssen, der sagt eben auch, wir müssen, also praktisch, wir sollen, wir müssen eigentlich in die Institutionen hineingehen und nicht uns isolieren lassen, zum Beispiel auch vor diesem Platz vor dem Parlament, denn es droht eine Isolation, und dem müssen wir entgegentreten. Ja, eben so wie ich das auch mache, also was ich vorhin gesagt habe, U-Bahnen als Beispiel, die weit auch einiges eben, ich habe einmal schon eine Rede gehalten in der Juni über den Eurovision Song Contest, welche grausamen Lügen hat das beinhaltet, und diese von Gita Wurst praktisch eine reine Marionette der Eliten ist, um uns als Gesellschaft eben zu spalten und uns Sand und Zucker in die Augen zu streuen, in eine gewisse Richtung zu manipulieren. Da geht es in keiner Weise um Toleranz. Das war mein Thema am 30. Juni. Ich habe auch dann Pamphlete verteilt. Also vor der großen Menge der Masse, die Sie das Video jetzt im Internet ansehen werden, kann ich das jetzt nicht alles im Detail erzählen, aber wie gesagt, die Pamphlete verteilt, die Redaktionen im Land, also in dieser Stadt Wien, kennen meine Person auch, die wissen und wussten lange, bevor sie diese Konkita Wurst aus dem Zauberhütel gezaubert haben, um die eigentlichen Fakten und Hintergründe, was den Eurovision Song Contest bedeutet, sie wussten es nur zu gut nachweisbar und gerade darum ein grausiges Ablenzungs-Spektakel, das im Namen der Toleranz daherkommt. Ja, also das geht in Richtung George Orwell oder in dieses Buch, also Fahrenheit. Wie haben wir es da, den haben wir in Reden. Ja, ja, ich war. Red Prennberg-Fahrenheit 451, also die kompromistische Gesellschaft, die also praktisch so abgelenkt wird und konditioniert, dass es ins Unheil reißt. Ja, also das wäre für jetzt aber meine Rede gewesen und ich habe ein paar Hinweise gegeben, ja. Und Alexis Teddoquil ist leider nicht so bekannt wie ein Herr vorhin gesagt hat. Ja, aber sollte man sich anschauen, anhören und so weiter, Bücher lesen. Okay, das war's einmal. Danke. So, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Truhe durchgehen, damit wir dann am Abend...